hallo liebe voller was jetzt sind wir angekommen an ehrenburg und wir haben die runde gedreht war ungefähr so sechs sieben stunden und jetzt haben wir feierabend jetzt geht nichts mehr wir sind groggy ich habe hier so ein schlagt die schlagen sind so schlimm da muss man alles nach schlagen jeder hilft dem anderen wenn die sitzen bleiben die biester setzen sich in den kleinsten ritzen rein ja die haben hier ein drei sterne hotel draus gemacht die verlangt dann noch brücken soll oder sprich eintritt sonntags 7,50 euro und mit der musik da kann man tanzen und sich ins reich der sinne verführen lassen macht's gut meine lieben einen schönen tag noch bis bald man sieht und hört sich zu sie